hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns den data browser in sap näher an bevor wir loslegen können bitte ich dich diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den wissens transfer anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los eine der wichtigsten transaktionen in sap ist der data browser mit dieser transaktion kann man die vorhandenen daten in den datenbank tabellen näher untersuchen alle daten in sap werden ja schließlich in tabellen gespeichert der data browser ist eine transaktion mit dessen hilfe man daten in datenbank tabellen anzeigen lassen kann dabei kann man pro tabellenfeld nach einzelnen werden bzw datensätze suchen denn data browser kann man über die transaktion se 16n aufrufen nun bietet dieser data browser mehrere funktionen an sehen wir uns zunächst die funktion der eingabemaskierung an diese ist sehr nützlich bei der eingabe beziehungsweise um die tabellen einzugrenzen nach denen man sucht für die maskierung gibt es zwei zeichen einmal den stern bzw asterix und das plus zeichen mit den sternchen werden beliebig viele zeichen gesucht mit dem plus zeichen werden beliebig viele zeichen an genau dieser stelle gesucht ein beispiel dazu angenommen ich möchte die tabelle die mit immer er beginnt mir anzeigen lassen dann will ich mit einem stern am ende und der entsprechenden suche erhalte ich nun in diesem fenstermenü alle tabellen die mit den ersten drei buchstaben mar beginnen des weiteren könnte ich auch oder kann ich das plus zeichen verwenden damit ich gezielt auf eine tabelle einschränke die aus vier buchstaben besteht wie hier zu sehen ich wähle nun diese tabelle aus und habe nun die möglichkeit wird zunächst die anzahl der einträge in dieser datenbank tabelle anzusehen das kann ich wie folgt machen und zwar und zwar mit dieser option hier anzahl einträge und erhalte die anzeige dass circa 20.000 datensätze diese tabelle beinhaltet diese funktion ist dann nützlich wenn man nach einzelnen werten filtert und wissen möchte wie viele datensätze es schließlich dazu gibt ohne die einzelnen werte anzeigen zu lassen kommen wir zur nächsten funktion und zwar wenn ich nun diese tabelle überblicks mäßig betrachten möchte kann ich diese auf 500 datensätze einschränken diese kann ich über dieses feld hier steuern und wenn ich diese ausführe oder mit f8 erhalte ich nun das ergebnis der ersten 500 datensätze dieser tabelle sprich die samara tabelle nun gibt es die möglichkeit auch hier verfeinerungen oder konfigurationen vorzunehmen und zwar angenommen ich möchte nun einen bestimmten datensatz im detail betrachten dann kann ich das mit dieser selektion oder mit einem doppelklick durchführen wie hier zu sehen öffnet sich dann entsprechend der datensatz und ich habe nun die darstellung pivotiert bzw entsprechend nun die spalten die zeilen und die spalte danach als wert gekennzeichnet beinhaltet nun für jedes element den entsprechenden wert sowie auch die technischen feldnahmen ich kann dieses menü nicht nur mit doppelklick sondern auch als button hier detailsicht öffnen wie ihr seht gibt es tabellen die sehr viele spalten beinhalten und unter umständen möchte man diese einschränken und zwar gehe ich einen schritt zurück und zwar hier über die zurück taste und befinde mich nun wieder in der ausgangssituation der mara tabelle nun kann ich eine einstellung vornehmen damit ich nur bestimmte spalten in der ausgabe erhalte und zwar kann ich nun in dieser spalte ausgabe einzeln diese die selektieren jedoch kann das natürlich sehr mühsam und zeitintensiv sein bei einer tabelle mit vielen spalten deshalb empfehle ich aus diesem grund einfach im menü unter bearbeiten markier funktionen alle markierungen löschen wie ihr seht werden nun alle markierungen gelöscht und ich kann mir nun meine gewünschten spalten manuell selektieren die ich kann beim aufruf oder bei der analyse sehen möchte diese habe ich nun durchgeführt und wenn ich nun wieder die abfrage ausführen so erhalte ich diese tabelle eingeschränkt auf die markierten spalten wie ihr seht könnt ihr mit diesem data browser sehr viele analysen durchführen an einer tabelle und falls ihr fragen oder auch tipps dazu habt hinterlassen wir einfach einen kommentar ich werde euch antworten und freue mich sehr wenn du auch im nächsten video mit dabei bist bis dahin alles gute und viel erfolg und und Untertitelung des ZDF für funk, 2017